Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen! Na! Wuh, wuh! Ist das dauernd, ey, das hieß! Wuh, wuh! Hä? Du bist noch nicht... Das war noch nicht die... Nein! Eis, ob das nicht die letzte Runde war! Nein, wie geil, Alter! Nein, Lukas! Nein! Ah, wie geil, Alter! Eis, ob ich das jetzt so hart verkackt habe! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Moje. Moje, geh halt noch weiter ans Wege. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in einer kleinen Runde. TurboCut Racers, bis gleich. So, leid. Ich grinde hier schon mit meinem TurboCut. Afro, was hast du für ein Auto? Ist es denn nagelneue Benzer? Arme aus dem Fenster? Vor allem, wie ich drin sitze. Das ist sicherlich gesund. Ich sitze so... Afro, guck mal, wie ich in meinem Car sitze. Einfach ein Kopp wohl 180 Grad gedreht, wie so eine Eule. Scheiße. So, Leute, wir sind jetzt in der Runde. In TurboCut Racers. Und vor allem ist der Lukas. Den, wo wir gleich überholen werden. Jojo, wer are you now? Hä? Lukas ist doch da hinten. Hey, guys, es geht los. Es geht los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was bringen eigentlich die Münzen? Ach du Scheiße. Ihr könnt auch mit F5 spielen, wenn ihr euch leichter tut. Aber ich spiele schon die ganze Zeit in F5. Achso, ja gut, ich nicht. So, dreimal dürft ihr raten, wer erster ist. So. Einmal um die Ecke. Was bringen eigentlich die Münzen? You have one coin, you have... Oh mein Gott. Oh nein, ich bin auf einer Banane. Geschickt hier nicht. Oh nein, ich habe die Freude sein Blöcke verkackt. Oh yeah, jetzt geht's los. Komm her. Alter, als ob der ein schwarzes Kart hat. Wie kann man es nicht nur so hart gönnen? Komm her. Ich habe... Nein, 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 nein. Bleib hier. Als ob ich jetzt fast das Allerletzte bin. Sind wir hier mit Pokémon, oder? Ich kriege... Lol, 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 lol. Oh Leute, ihr seht einfach, es ist einfach genauso aufgebaut wie Mario Kart. Zum Beispiel die Pilze sind immer die Turbos. Und ich falle lieber unten durch, das sind mir zu viele Bananen. Und nochmal. So, hier rüber. So. Where are you now? Atlantis? And the Sea? Mann. So, die erste Runde ist fertig. Ich bin dritter. Wie vielter seid ihr? Sieht man das? Rechts auf der Seite. Dritter, oh mein Gott. Ich bin sechster. Oh, 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 ja. Ja, ja. Zweiter. Die haben Schwert, die haben Schwert. Komm, 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 komm. Nein, was war denn das hier? Gott, nein. Wie kam er sich nur so... Oh, 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 komm. Oh, ich hab... Das müssen wir... Hoffentlich bist du erst dazu. Ich hab so Worte. Nee, ich bin zweiter. Komm, 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 komm. Der war der Erste, der kriegt eine Kanone, so, ne? Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, ich habe jemanden. Ich biege, ja. Ich hatte gerade Bock drauf. Ach, das war eigentlich ein Umweg. Oh, das hätte ich mir merken sollen. Wo muss man denn? Putz. Ha. Zwei auf einen Streich. Nein, da überholt mich der Nächste. Seid ihr so weit hinten, ihr beide? Ich bin rechts hinter dir. Oh, geh mal da weg hier. Putz. Nein, Putz. Ja, nein, nein. Oh, komm. Nein. Nein. Afro, come to me. Ach, komm. Was für Blitz, Alter. Jetzt sind unsere Karts alle so klein. Oh, jetzt meinst du Grüß wieder. Nee, weil, ne? Du meinst mal die ganze Zeit groß, bin ich so weit. Nein, 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 nein. Ich bin gegen die Wand gefahren. Ich muss nochmal in die Fahrschule. Nein, 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 nein. Oh. Was ist denn eigentlich? Ich bin so überholt. Fünfter, fünfter, fünfter. Und jetzt den Turbo. Aktiviert den Turbo. Nein. Ich hab mich selbst... Nein, 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 nein. Nein, ich hab dich getroffen. Ach, das ist der Königspülse, wo ich hatte. Ach, ich dachte, das war irgend sowas zum... Oh, ich... Nein. Das sind Feuerballen. Nein. 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 So ein Try-Move. So ein verdammter Try-Move. Oh, nein. Jetzt schaff ich's nicht mehr. Jetzt bin ich sad. Jetzt bin ich richtig sad. Jojo ist sogar vor mir. Als ob ich vier da bin. Als ob. Ich hol euch noch einen, Lukas. Das war eine Ansage. Hast du gehört? Oh, oh. So, Jojo erst mal überholt. Und Lukas auch noch mal überholt. GG. Wenn's sein muss, überrunde ich euch sogar. Als ob ich siebte bin. Als ob ich... Hä, wie bist du jetzt vor mir? Wie hast du das gemacht? Lol. 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 Lol, 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 lol. Warum sind denn da eigentlich so viele? Ich bin gegen die Wand geschürt. I need more. Power. Komm. Schneide um die Ecke. Schnell. Komm, ich will dir was cooles. So, komm. Komm, komm, komm. Ja. Ah, ich war noch vor dir. Nein. Ah, ich war noch vor dir. Ballatz 5. Wie kann man sich das so hart gönnen? Try you, has it your banana. Uh. So, Leute. Wir sind jetzt in der nächsten Runde auf der Map. Jungle Rush. Where are you now? Afro. Jojo. Hier, da hinten. Die sind immer hinter mir. Und los geht's, Leute. Los geht's. So, so. Man kann Leute ja auch hinten, gell. Was? So, nice. Oh, nein. Ich war gerade Erster für eine Sekunde. Oh, ich bin Erster. One second. Jetzt müsste ich mich bloß drehen und diese Rakete auf den Gegner werfen. Komm, kommt bitte bitte. So, ich bin auf Position 1. Hey, irgendwie holt mich gerade gar keiner ein. Nein, 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 nein. Wir gegen die Wand geschürt. Ich fall aus der Map. Jubik. Ach so, links rum. Rechts runter. Und hier geht's entlang. So, diese Runde. Ich hab's einfach im Gefühl. Als ob du das jetzt gekriegt hast. Was? Ich hab so im Gefühl, dass ich deck... Das Item. Ich setze. Aha, nicht getroffen. Nein, als ob ich nicht getroffen hab. So, jetzt. Nein. Jawohl. Hast du nicht gemacht. Lukas, das... Nein. 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 Komm her. Komm her. So ist es mir doch gleich lieber. Nein. Aber das ist schneller. Ich bin nicht schneller. Das ist nur eine Illusion. Weil er eigentlich... Nein, 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 nein. Ich schreibe und rutsche auf meinen eigenen Ballern aus. Nein, nein, nein. Bin ich zweimal gegen die Wand gefahren? Zwei Mal? Ja. Seid ihr wirklich so bad? Nein, ich bin schneller, Hanni. Ich bin doch direkt hinter dir. Ich bin sehr gut. Bist du gut. Hanni. Ich war neunter. Letzte Runde, hallo. Hab ich dich dieses Mal getroffen? Nein. Ich hab eine Banane. Mein einziges Mal. Mann, ich gehst gleich ein. Ich schätze, Lukas isst gerne Banane. Ja. Banane sind geil. Ich bin nämlich auf meinen eigenen Ausgerutsch gerade. Nein. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Nein. Wup, 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 ist das Sound auf der Molle? Wup, 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 ist das Sound auf der Molle? Wup, wup. Hä? Du bist noch nicht... Das war noch nicht die... Nein. Als ob das nicht die letzte Runde war. Nein. Nein, Lukas. Nein. Wie geil, Alter. Als ob ich das jetzt so hart verkackt hab. Ich dachte, ich hab mal wieder zu sein. Nein. Als ob ich... Nein. Ah, du Lappen, Alter. Lukas, weißt du was? Ich hol dich trotzdem noch ein. Das war eine Ansage. Ach, guck mal, ne? Ja. Das war jetzt so ein richtiger Try-Move. Als ob jetzt jemand anders noch von mir ist. Genau. Geh mal zurück. Geh mal zurück in die Küche oder so. Nein. Ich bin gegen die Wand gefahren. Nein, Lukas. Wart mal bitte auf mich. Nee. Wieso eine... Nein, Banane. Ach, Mann. Diese Zuversicht hier. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Gleich hier um die Ecke. Komm. Komm. Bitte. Bitte lass Lukas nicht gewinnen. Everybody. Jetzt komm. Komm. Ja. Ja. Nein. 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 Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Komm, Will. Lass mich. Nein, ich lass dich nicht. Komm. Das muss doch jetzt machen. So, Lukas. Jetzt. Jetzt gönne ich's dir. Jetzt gönne ich's dir. Alter. Wie lange mein Alper stehen bleibt. Ja. 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 Als ob du jetzt so unfair gewonnen hast. Als. Junge. Da ist doch nix mehr als Luck bei dir, Alter. Au ja. Als Arme. Nichts anderes. Nichts anderes als Luck hat der Junge. Nichts anderes als Luck. Junge. Ohne die Geschenke, Alter. Ohne die Geschenke. Welche Geschenke? Ey. Sachen die man kriegt, Alter. Lukas. Guck mal. Du hast ne Rakete in der Hand. Ich bin Füchler. Ja. Ja. Stopfe ich dir in deinen Mund. Die Rakete. Ey, ist doch nicht so fies zu mir. Ich mag dich. Möchtest du das abgenommen, ein bisschen Champagner? Lukas, du hast ne Trophäe. Schau mal. Ibrahim. Alter. Ah ja. Das war ne neiste Runde. Ich hoffe, ich dich einfach noch überholt hab. Ey, das ist so unfair, ne? Ich weiß, dass es unverdient war. Das ist so unfair. Aber ich denk mir, jo. Wo gibt's da? Fuck. So, Leute. Das war's mit der Folge. Zurück auf den Races. Ich hoffe, dir hat es euch gefallen. Danke an den Afro. Und danke an die Jujo, dass die beiden dabei waren. Wui. Oh, nee. Afro. Was hast du eigentlich noch zu deinem knappigen zweiten Platz zu sagen? Hey, Lukas? Nein. Nichts? Doch. Was, ne? Der schummelt. Wie geschummelt? Ja, du hast... Jujo ist gegangen. Nein. Komm zurück. Guck mal, ich hab einen nagelneuen Benzer. Ah, was? Yeah. Und ansonsten gibt's halt wieder nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, die Feuer hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Richtig schön. Ciao. Ciao.